Hallo Frau Meier-Augenstein, wie fanden Sie denn heute rückblickend die sechste Karlsruher Jugendkonferenz? Ja, die Jugendkonferenz hat wieder einige Themen aufgebracht, die was bewegen können in der Stadt. Also insofern positive Resonanz von mir, tolles Engagement der Jugendlichen und ich bin natürlich gespannt, wie die einzelnen Themen jetzt weitergehen. Das freut uns zu hören. Welches Thema hat Sie denn persönlich am meisten interessiert? Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man sich dann irgendwie auf zwei Tische festlegen muss. Ich war in der ersten Runde bei dem Thema Mülltrennung in der Innenstadt. Das fand ich sehr spannend, weil wir einfach da grundsätzlich auch dieses Müllthema haben, dass die Mülleimer oft überquellen und wir natürlich da ja gar keine Mülltrennung haben. Finde ich sehr spannend, auch jetzt wie es angegangen wird, dass einfach auch geschaut wird, ob man verschiedene Mülleimer anbieten kann, wie es zum Beispiel auf den Bahnhöfen üblich ist, um da einfach auch eine Mülltrennung hinzubekommen, aber gleichzeitig auch das Ziel zu verfolgen, Müll zu vermeiden, dass er erst gar nicht entsteht, wie zum Beispiel durch die Karlsruhe Becher, die Pfandbecher anstatt diese Coffee-to-go-Becher, die ja schon sehr viel Müll in der Innenstadt produzieren. Und das zweite Thema war dann im Bereich Klimaschutz. Was können wir tun noch mit Photovoltaikanlagen auf Gebäuden? Und es war auch ganz spannend, einfach auch zu hören, was denn unsere HGW, also das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, hier schon umsetzt jedes Jahr, dass eben bei jeder möglichen Baumaßnahme das Thema geprüft wird und dass wir da eigentlich auch schon sehr weit sind. Und sind Sie selbst persönlich bei einem Projekt jetzt Pate geworden oder nicht? Leider jetzt nicht, was jetzt auch daran lag, dass eben bei dem Thema Photovoltaikanlagen es jetzt kein sehr konkretes Thema gibt, was weiterverfolgt wird, sondern es wurde jetzt einfach vereinbart mit dem Amt, dass die mal vorlegen, was dann schon getan wurde und dann wird überlegt, vielleicht wo man nochmal ansetzen kann. Dann vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es war sehr schön, mit Ihnen zu diskutieren. Und sehr wahrscheinlich sehen wir uns dann vielleicht bei der nächsten Sitzung nochmal. Vielen Dank.